Willkommen zurück bei Let's Play Terraria Story of Red Cloud. So, heute wollten wir ein bisschen in der Story vorankommen. Ich habe es ja euch sogar, glaube ich, versprochen, obwohl ich eigentlich ja kein Indianer war. Habe ich euch mein Indianer Ehrenwort gegeben. Und ja, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Was auch immer das jetzt damit zu tun hat. Nein, ein echter Indianer hält seine Indianerversprechen natürlich. Und ja, ich bin zwar kein echter Indianer, aber ich halte, glaube ich, auch meine Indianerversprechen. Hier oben ist nichts mehr. Okay, hätte ja sein können. Ja, ich vermute überall Secrets. Weil der Typ hier, der versteckt die Secrets auch echt geil, muss man ihm schon sagen. Und dass er so schnell das Schwert locker gemacht hat für uns, das fand ich schon mal sehr pornös. Weil dadurch sind wir jetzt eigentlich auch nur an das Night's Edge gekommen. Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. So, da drüben waren wir ja schon. Ah, jetzt kommt da wieder das. Na komm und zack, kaputt. Scheiß im, ey. Warte mal, bis ich meinen Obsidian-Scheiß habe. Oh, da ist er. Ha, erwischt. So, hier haben wir ein bisschen Gold und ein bisschen Healing Potions. Die können wir auf jeden Fall gerne mitnehmen. Jetzt weiß ich gar nicht, waren wir hier oben schon mal? Jetzt ist hier Wasser auf einmal. Oh, Mann, ey. Die können sich auch nicht entscheiden. Hier sind aber Truhen. Und Truhen nehme ich immer gerne mit. Ah, Guild's Potion. Nice. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Truhen immer gerne mitnehme. Manchmal ziehe ich am Wochenende los, um eine Truhe aufzureißen und sie dann zu öffnen. Und sie dann auszupacken. Hätte sich irgendwie ein bisschen geil angehört. So, okay, hier hangel ich mich mal rüber. Jetzt würde ich gerne mal hier einfach loslassen. Man muss auch mal loslassen können, Red Cloud. Oh, was ist denn hier? Das ist jetzt so ein hoher Turm. Ah, ich glaube, das ist der Turm, wo ich vorher nicht weiterkam. Okay, hier würde ich aber sogar noch durchkommen. Ist hier unten noch was? Nein, okay. Gehen wir erstmal nach oben, Leute, oder? Ja, komm, wir gehen erstmal nach oben. Oh, Vorsicht hier. Meint ihr, hier ist was drin? Ja, muss ja eigentlich, oder? Die werden doch hier nicht so einen hohen Turm bauen. Und dann gibt's hier gar nichts. Das wäre ja verarsche. Obwohl ich hab mir sagen lassen, manchmal machen so eine Map-Ersteller sowas ganz gerne. Okay, es ist immerhin eine goldene Truhe, die... Jetzt hab ich das Licht angemacht. Wer weiß, wofür das schon wieder war. Ähm, auf jeden Fall gibt's hier 80 Hellstone-Barren. Und 80 Gold. Äh, ich sag eben mal Loot All. Nimm einfach alles mit, was nicht nid- und nagelfest ist, mein lieber Freund und Kupferstecher. Jetzt muss ich eigentlich nur noch irgendwie an Obsidian kommen. So, aber frag mich nicht, wofür der Knopf jetzt schon wieder war. Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall noch weiter geht. Und ich weiß, dass hier schon wieder Stacheln sind. Äh, Mann. Stacheln sind echt fies, weil Stacheln vor allem immer recht viel Schaden machen, finde ich. 40 Schaden hauen die immer rein. So, was hab ich jetzt hier Schönes? Die Flower of Fire. Oh, 50 Münzen noch einmal. Crystal Bullets. Diesmal hab ich aber hier wirklich Crystal Bullets liegen. Ich mach mal Loot All einfach. Ne, Mana brauch ich nicht. Und eigentlich brauch ich die Flower of Fire auch nicht so dringend, oder? 45 Magic Damage ist natürlich schon geil. Mit 17 Mana. Könnte man sich eigentlich überlegen, ob man die nicht behält erstmal. Ich frag mich nur, was mit meinen Crystal Bullets passiert ist. Beim letzten Mal. Hab ich die ehrlich nicht mitgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr, liebe Leute. Ich weiß es doch nicht mehr. So, kann ich hier irgendwas Tolles jetzt machen eigentlich? Ne, wir waren ja eben da unten erst. Fiery Falcon. Okay. Ja, ich kann mir so ein bisschen Krams herstellen. Aber die ganzen Sachen machen jetzt nicht so viel Schaden, muss ich mal ehrlich sagen. Ne. Elastombetis Consumption. Don't use it as 50 Defense. Oh, okay. 50 Verteidigung ist viel. Ne, ich glaub ich brauch hier nix. Okay, dann geht's wieder zurück. Aua, Stacheln. Aua, noch mehr Stacheln. Ich weiß auch nicht, warum ich immer in die Stacheln treten muss. Es ist so ein Bedürfnis, so ein innerliches Bedürfnis von mir, glaub ich. So, der kann sterben. Und jetzt mussten wir, glaub ich, nur noch hier genau hier wieder rüber. Jetzt muss ich irgendwie hier durchkommen. Und jetzt können wir wieder hinab in die Hölle. So, jetzt hab ich da irgendwas aktiviert, wie gesagt. Aber ich hab noch keinen blassen Schimmer, wofür das war. Und hier sollte ich lieber runtergehen. So, hier drüben war ich doch jetzt schon, ne? Seh ich richtig, oder? Hier war doch der... Genau, hier war das Feuerschwert drin. So, das heißt... Zack, einmal wieder rüber. Oh Gott, ich krieg ja immer nur Schaden. Ich kann machen, was ich will, ich bin zu blöd. So, dann geh ich hier hoch. Und dann geh ich hier rüber. Und was haben wir jetzt hier? Die Dämonensense. Die ist allerdings cool. Die mag ich echt gerne, deswegen schnapp ich mir die. Dann lass ich die Blume hier. Würde ich eigentlich gerne hier oben reinnehmen, auch. Hier das Weilform. Äh? Was hab ich denn jetzt gemacht? Äh, die Dämonensense würde ich gerne nehmen. So. Also, Weilform mag ich auch echt gerne, aber die Dämonensense, die ist echt Deluxe, Deluxe. Die ist schon Deluxe, Deluxe, Deluxe. Ne, die macht echt Laune, weil die auch gegen manche Gegner ziemlich stark ist, weil die die auch öfter treffen kann. Aua. Achso, scheiße, ich stehe da ja drauf. So. Dann machen wir es halt so. So, gib mal das Herz her. Okay, hier komme ich aber noch nicht so weiter da oben. Ist nämlich nur dieser Scheiß, der an meinen Füßen wehtut. Okay. Wow. Da hab ich mich rüber geschleudert. Hehe, das war geil. Einfach mal so über den Lava-Abgrund. Man gönnt sich ja sonst nix. No risk, no fun. Unser Leben ist uns nichts wert. Scheiß drauf, wenn wir drauf gehen. Da oben ist noch eine weitere Truhe. Aber wie soll ich da denn hinkommen, ey? Da steht auch ein Hebel. Moment mal. Komm ich vielleicht... Oh, meine Fresse, ey. Mach die Tür doch einfach auf. Komm ich vielleicht von hier drüben da ran. Wo geht's hier lang? Da geht's weiter runter. Oh, schaut mal hier. Hier kommen wir aber auch noch nicht rein. Kann ich auch nicht zerstören, wa? Ne. Keine Ahnung, was da los ist. So, was haben wir hier? Okay, das hat mir jetzt nicht so... Oh, Bone Serpent incoming. Oh, und? Ich brauch Licht. Und ich glaub, ich nehm Jester's Arrows. Haha. Na komm. Wo kommt er denn? Da unten ist er ja schon wieder. Okay, wie viel hat er noch? 400? Okay, das schaffen wir jetzt auch mit Night's Edge, denke ich. So, sehr gut. Der bringt wieder mal ein paar Dark Souls. Allerdings bringen die recht wenig, muss ich sagen. Dafür, dass die so viel Lebensenergie haben. Okay, was haben wir jetzt hier auf dem Schild stehen? Wow, was der will's wissen, wa? Okay, dann hau ich dich halt in der Luft kaputt. Hier haben wir den Flamerang. Hehe, geil. Der macht auch ziemlich viel Schaden. 41, aber gegen unseren Dingens ist das jetzt auch nix eigentlich. So, und jetzt hier oben hoch. Zack, was steht hier drauf? You pull the lever and here a gate opening to the west. Okay. Close. Zack. So, müssen wir hier oben noch lang? Ich weiß es gerade nicht. Ah, da unten ist so ein krankes Viech gekommen. Das hat mich vorhin schon mal attackiert gehabt. Und das hat diesen Fluch am Start. So, hier drüben war ich schon. Ah, was steht hier? Oh, Moment. You pull the lever and here a gate opening to the west. Okay, nochmal ein Gate, was wir öffnen. Ja, ja, wir öffnen einfach mal alle Gates. So, hier haben wir wieder mal ein bisschen Krams. Die Mana Potions hau ich weg. Dann kann ich nämlich auf Loot All klicken. Und, wow, ey. Dieses scheiß Viech teleportiert sich hier munter durch die Gegend. Aber irgendwie ist er momentan noch zu doof, zu mir zu kommen. Ist mir aber auch ganz recht so. Aua, war klar, dass ich mir da in den Kopf stoße. So, ich würde nochmal gerne schauen, was hier eigentlich so los ist. Wenn man sich hier schon durchgraben kann, dann machen wir das. Und da ist er. Da ist er. Oh nein, der hat mich verwehrt. Meine Steuerung ist gerade andersrum. Und der hat, glaube ich, schon wieder dieses Dingens hier gedroppt. Ascheblöcke mal eben weg. Was hat der denn hier? Ne, das ist aber der Tome wieder, wa? Ja, genau. Also, der droppt den einfach immer. Der denkt sich so, ja komm, kämpf doch mal gegen die. Das macht richtig Laune. Die sind voll cool drauf. Die sind richtig lässig. Und ich denke mir immer so, nein, keine Lust. Oh, schon wieder 20 Gold. Also, der will mich, glaube ich, jetzt hier echt reich machen. Das ist echt heftig, was du hier in Gold findest, ey. Ich frage mich vor allem, wofür brauchen wir Gold? Weil wir kaufen uns ja eh nie was. Hm. Findet sich schon irgendeine Verwendung für? Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben, weil nach oben kann es eigentlich nicht mehr so weit gehen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich frage mich, ob alle Leute, also würdet ihr auch jetzt hier so ein bisschen erforschen? Oder wäre euch das alles egal? Würdet ihr einfach so zocken, zocken, zocken und diese Randwege hier gar nicht lang gehen? Ich gehe ja gerade echt hier jeden Randweg lang. Aber ich denke mir immer, komm, hier können überall geile Items rumliegen vielleicht. Habe ich Glück und finde was Tolles. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Jetzt geht es ja hier, jetzt geht es hier auf einmal schon wieder nach oben. Ach du Heilige, wo sind wir denn jetzt? Jetzt bin ich auf einmal wieder mitten im Dschungel und finde hier eine Truhe. Ey, das sieht aber geil aus. Richtig schön gemacht. Oh, die dunkle Lanze. Die dunkle Lanze. So, aber die nehme ich mit. So, Shine Potions haben wir ja auch nochmal ein paar. Die dunkle Lanze, 34. Ja, die ist geil. Ah, ist halt ein bisschen schwach jetzt, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht finden wir aber auch nochmal die, die Höllenvariante. Also, ich meine, die ist nochmal einen Tacken stärker, oder? Ist das nicht so? Ich glaube schon. So, hier haben wir nochmal einen Hebel. Also, hier musste man scheinbar dann ja eh lang. Wenn du hier noch einen Hebel gefunden hast, dann wäre es besser, wenn hier, wenn deine Reise dich hier hingetragen hätte. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber, glaube ich, echt verlaufen langsam. Hier war ich noch nicht, oder? Doch, von hier bin ich scheinbar sogar gekommen. Oh, was ist das denn für eins? Alter! Alter! Ja, was ist das denn? Ey, ich kann nicht schlagen! Okay. Jetzt kann ich schon wieder nicht schlagen. Alter! Noch mal! Ne, nicht noch eins davon. Wie lange hält der Zauber noch? Alter Vater! Das sind ja Mistviecher. Guck mal, was die mir alles dafür scheiße angehängt haben, ey. Hier, alles von denen. Decreased Night Vision für fünf Minuten. Das ist ja asozial. Fünf Minuten ist eine Menge. Da unten sind die Assis. Da kommen sie. Nein! Jetzt habe ich das schon wieder. Wie soll ich die denn treffen? Okay, ich renne jetzt einfach weg. So, war ich hier unten schon? Ich glaube nicht. Oh Gott, ich sehe ja kaum noch was. Diese blöden Vollidioten. Wo bin ich denn jetzt? Doch, hier war ich doch schon mal. Oh nein! Jetzt hat er mich schon wieder getroffen. Jetzt bin ich auch noch langsam. Aber die beiden Tore hier sind jetzt auf. Wenn uns das vielleicht irgendwie weiterhilft. Da war noch eine Truhe. Habe ich genau gesehen. Da haben die hingeschossen. Selber schuld. Jetzt habe ich die Truhe entdeckt. So, okay. Wo geht es denn hier noch weiter? Hier war... Ne, hier war ich doch, oder nicht? Okay, von hier bin ich... Bin ich von hier gekommen? Ja, genau. Hier ist doch der Hebel. So. Oh, lass mich in Ruhe, ey. Was will das Viech von mir? Sexueller Belästigungspanda oder was? Geh kacken, ey. Also, da hinten, wo die beiden Dinger waren... Da... Muss ich scheinbar noch irgendwas machen. So, was war denn jetzt da oben? Ah ja, okay. Hier komme ich aber noch nicht weiter. So, hier war das, okay. Jetzt gehen wir halt einfach mal hier runter. Ich glaube, hier war ich noch nicht lang gegangen. Aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich auch nicht, weil ich jetzt so ein bisschen die Orientierung verloren habe. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall das nächste Teil geöffnet. Oh, schon wieder 25 Schaden, ey. Oh, das ist die Truhe, die wir gesehen hatten. Regeneration, Greater Healing und Hunter Potion. Nehmen wir natürlich dann auch liebend gerne mit. Ist auch logisch. So, ja, klar. Hangel dich dagegen. Einfach nochmal ein bisschen Schaden in die Fresse bekommen. Warum eigentlich auch nicht, halte ich auch für eine gute Idee. So. Und was ist hier jetzt schon wieder los? Ey, vier Minuten muss ich das jetzt noch ertragen, ey. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Muss ich hier oben rum vielleicht? Ich habe hier immer so das Gefühl, dass die an der Decke was verstecken. Ich weiß auch nicht, wie ich da immer drauf komme. Aber ich glaube, ich würde was verstecken an der Decke, wenn ich so eine Adventure Map mache. Und deswegen denke ich immer, ja, alle Leute sind bestimmt so asozial. Oh, fuck. Jetzt muss ich aufpassen, Moment. Da drüben ist auf jeden Fall Asche. Wir würden aber gerne erstmal den Bone Serpent hier kalt machen. Wie viel hat er noch? Wie viel Energie? Ich kann ihn gerade nicht sehen. Da ist er. Das war jetzt nicht so gut, wie ich den gerade attackiert habe. Aber, haha, guck mal. Das ist mies, oder? Das ist mies, mein lieber Bone Serpent. Aber wie du mir, so ich dir. Obwohl, war der mies zu mir eigentlich ja gar nicht. Der ist ja nicht so heftig mehr. So, okay, hier kommen wir durch. Hier haben wir scheinbar alle Dinger geöffnet. Sehr gut, so muss es sein. Jetzt ist die Frage... Ja, jetzt ist die Frage, was ist da unten? Ist noch Asche. Okay, gut. Ich wollte nämlich jetzt gerade die Frage stellen, ob denn hier jetzt Asche ist. Oder ob ich vielleicht hier ein Problem bekommen könnte. Hier ist es auf jeden Fall ein Typ, der sich neben mich teleportiert hat. Geh scheißen! Moin. Da ist er wieder. Geh doch in die Lava. So, you look up and see a purple glow, but can't quick make out what it is from here. Okay. Da ist auf jeden Fall... Aua. Warum sage ich Aua? Ich habe die doch getötet. So, okay, guck mal. Das ist eine Truhe gewesen. Und natürlich ist das Obsidian Shield hier drin. Hey! Wer hätte damit nur gerechnet? Damit werde ich nicht mehr zurückgeschleudert. Und ich bin immun gegen Feuerblöcke. Was tun wir dafür denn weg? Ich würde sagen, das Dingens hier. Das Angle of the Wind. Das brauchen wir dann erstmal nicht. Und ja, dann brauche ich jetzt keine Angst mehr haben. Yay! Ich kann hier überall rauf. Oh, schau mal. Hier scheint wirklich ein Weg nach oben zu sein. Oder einfach nur eine Truhe. Oder einfach nur eine Truhe. Magic Power eigener. Zack. Nehmen wir natürlich alles mit. Und... Oh, was ist das denn hier für eine Star-Tour? Das sind die Iron-Helmet-Dinger. Die Iron-Scheiße. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich mal schauen. Oh Mann, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ist besser. Ach so, ja toll. Ich kann ja gar nichts mehr tragen jetzt. Ah, ich bin doch blöd. So, machen wir mal eben. Und jetzt kann ich nicht vergleichen. Ah, ich bin wirklich doof. So, Shadow Cloaks 7. Und das macht 8. Okay, gut. Alles klar. Also ist die Molten-Rüstung hier besser. Auch wenn ich dann natürlich ein bisschen weniger Schaden bekomme. Aber schadenstechnisch sind wir eigentlich ziemlich gut dabei gerade, muss ich sagen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Die haue ich jetzt weg. 13 Increased Movement. 17. Ach, da habe ich ja auch noch Double Jump durch. Aber habe ich hierdurch auch, oder? Ähm. Ne, super. Ne, habe ich nicht. Ja, egal. Jetzt habe ich den Helm schon weggeschmissen. Tut mir leid für dich. Du, Set. Aber jetzt ist es doof gelaufen, ne? Aber ich denke mal, das Molten-Set hier kann ich bestimmt auch irgendwie upgraden, oder? Ich hoffe es einfach mal. Weil sonst wäre das jetzt ein ziemlich blöder Tausch gewesen. So, hier haben wir noch den Magic Dagger. Gold, okay. 50 Gold-Münzen nehmen wir auch noch mal mit. Oh, ich habe inzwischen so viele Münzen dabei. Das ist schon nicht mehr schön. Wenn wir da mal irgendwie auf die Fresse kriegen für, dann verlieren wir bestimmt so mega viel Geld. So, lass mich noch mal kurz schauen, was geht hier drüben noch? Ah, hier ist noch mal so eine Rüstung. Aber sonst scheint hier nichts mehr zu sein, oder? Ich meine, wir könnten ja mal bei den ganzen anderen Gängen hier so schauen, ob der da irgendwo noch was versteckt hat, der Schlingel. Vorstellen kann ich es mir ja, wie gesagt, immer. Na, hier ist aber nichts. Ne, es sieht nicht so aus. Okay, gut. Gut, dann gehen wir erstmal zurück zu den Schildern. Hier drüben war, glaube ich, noch eins. Genau, hier ist noch ein weiterer Hebel. Den kann ich nochmal gleich betätigen. Aber erstmal, this opens the volcanic gate, blocking the clear passage of the Great Chasm. Okay, Leute. Gut, was auch immer das blockiert, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hau uns hier nochmal einen Teleportationspunkt hin. So, und jetzt habe ich übrigens... Ne, ich habe wirklich keinen Doublesprung mehr. Scheiße, ich habe meinen Doublesprung weggeschmissen. Ha, zum Glück haben wir die Raketenstiefel. Also, ja. Hm. Trotzdem ein bisschen doof. Gut, okay. Habe ich hier den Spawn hingesetzt? Ich glaube schon. Falls nicht, jetzt habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du zugeschaut hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Terraria. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.